2,852 volt alle anderen haben noch etwas über 3,3 volt spannung 2,83 volt 2,82 9 volt der akku ist dafür ausgelegt eine spannung von 10,8 volt als minimum zu haben wir sind bei 9,45 volt das ist schon deutlich darunter deswegen geht das notebook jetzt auch raus das war es ich kann jetzt versuchen das ding nochmal hochzufahren macht jetzt auch gar kein mux mehr jetzt ist der akku notausgeschaltet weil die zellenspannung unter 2,7 volt ist das ist